Der Sandmann Bevor er zu mir ins Zimmer reinkam Keine Anzeichen für gewaltsames Eindringen Sind Sie sicher, dass alle Türen und Fenster verschlossen waren? Ja, wir überprüfen das jeden Abend Drei unterschiedliche Schwärme aus drei unterschiedlichen Richtungen sind gegen ihr Haus geflogen Als hätte sie irgendwas dorthin gezogen Hier geht etwas vor sich Ich habe einen Mann ausfindig gemacht, der Experte auf diesem Gebiet sein soll Sind bei Ihnen rätselhafte Krankheiten aufgetreten? Hatte jemand von Ihnen einen Blackout? Daniel? Hatten Sie das Gefühl, dass Ihnen die Kontrolle über Ihren Körper verloren ging? Bei Ihnen ist doch wohl eine Schrambel locker Wenn es soweit ist Werden Sie Ihre Familie entführen Und macht diese Tür nicht auf, egal was passiert Lasst uns in Ruhe! Dann ist doch auch eine Schrambel Lasst uns in Ruhe! Dann ist doch auch eine Reihe, die wir in Ruhe! Dann ist doch auch eine Erregung! Vielen Dank.